Ja, servus Leute von heute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Skywars. Ich spiele heute mal wieder auf den gomrd.net-Server ein bisschen Skywars. Ich habe übrigens auch wieder ein anderes Pack drin. Das ist nämlich das Phasen 250k Pack, glaube ich. Das kann ich euch gerne mal in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, vielleicht merkt ihr meine Stimme, dass ich etwas erkältet bin. Also noch habe ich bloß Halsweh. Ich hoffe, das geht auch weg, dass nicht der Schnupfen kommt. Aber ich schätze, ich kann es auch wenig verhindern. Es ist etwas blöd. Aber naja, auf jeden Fall spiele ich heute wieder ein bisschen Skywars. Ich hatte immer wieder richtig Lust auf Skywars. Und am besten, scheiße, ich glaube, der kommt. Wir müssen uns mal irgendwie equippen, weil wir haben echt scheiße Equip. Wir haben nur eine Lederbrust. Und ihr merkt schon, ich habe gar nicht Label Mod drin. Das habe ich jetzt irgendwie vergessen. Weil ich habe vorhin mal kurz ohne Label Mod gespielt. Wir haben jetzt bloß 6, die ist scheiße. Das ist jetzt blöd, ne? Ich hoffe, da kommt jetzt keiner. Doch, der kommt. Oder? Na toll. Besser Equip kann ja auch gar nicht sein, oder? Loll, die Feiten, die Feiten, die Feiten. Oh, das war abgestaubt, Alter. Das war heftig, abgestaubt. Sorry an dich auf jeden Fall. Aber es ging gerade nicht anders. Alter, der war ja One-Hit. Das war ja der Wahnsinn, Alter. Sechs, so, so kriegt man halt gutes Grupp, ne? So kriegt man gutes Grupp. So, wir schauen jetzt einmal. Was haben wir denn jetzt alles so? Wir könnten uns noch voll Tier machen. Wo sind sie da? So, und ich glaube, ein Drew ist ein Gegner. Ich weiß nicht. Schauen wir auf jeden Fall mal. Der kommt da jetzt, ne? Alles klar. Bester Move. Nice, da haben wir schon zwei Kills. Schauen wir mal kurz, haben wir einen Kompass. Äh. Ja. Okay, da hinten ist der nächste. So, da ist jetzt der Gegner. Hier. Hey, was machen denn die alle? Das wäre schon wieder easy kill. Da ist der Tod, ja. Nein, jetzt haben wir nur noch drei Gegner. Und die sind hinter uns? Ne. Mitte, glaube ich. Na toll. Müssen wir jetzt auch noch in die Mitte, oder wie? So. Ach, auf einmal kommt er wohl. Der ist aber auch gut. Aber warte mal, wir könnten vielleicht unser Schwert... Ne, wir brauchen zehn Level. Nein. Müssen wir ja noch ein paar Tiers erbauen. Die haben wir ja jetzt, gell. Nein, da ist er, da ist er, da ist er. Hm. Okay, dann gehen wir halt eben. Ja, was hat er denn? Will er mich spliefen, oder wie? Ey, zerfuck doch nicht ab. Okay, er ist down. Oha, wir haben noch einen Gegner. Nice, und wo ist der? Ich hätte ja gerne seine Gruppe gehabt. Ich glaube, der hat eh kein gutes Schwert gehabt. Aber vielleicht trotzdem, weil der hat den noch... Ich glaube, einen enchanteten Helm, oder so. Irgendwas hat er auch von dir ein Teil enchantet gehabt. Und ich... Oh, oh, weiß ich noch. Oh, look. Gottle. Hey, das war ja richtig knapp, Entschuldigung. So, jetzt haben wir Level 10. Ah, der kommt schon. Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Okay, ich hab's noch. Oh, ist was knapp. Ich glaub, der ist schon hier oben. Oder? Ja, wenn nicht. Geh ich halt eben hoch. Okay, das müsste eigentlich nicht so schwer werden. Wir haben ja eh Schärfe 2 Schwert. Okay, down ist sie. Oder? Ja, nice. Wir haben sogar noch eine Enderpearl. GG auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der zweiten Runde. So, das sind wir jetzt auch schon in der zweiten Runde. Diesmal auf der Map. Zorr Query. Oder wie sie auch immer heißt. So, tun wir gleich mal hier alle Kisten looten. Wir haben auch irgendwie schon wieder nur Scheiße. Also, Scheiße, die Kurp. Brust fehlt uns. Brust fehlt uns. Und nein. Oder? Nein. Wir können uns keine Brust machen. Wir müssen mehr die Lederbrust mal nehmen. Okay, da drüben ist einer. Der hat auch schlechtes hier Kurp. Vor dem her würde ich sagen, gehen wir da mal runter. Oder ich gehe es eh rüber. Ich habe Angst, dass der irgendwie ein Knockback was hat. Okay, er geht unten rein. Das war mir jetzt klar. Das ist jetzt richtig blöd. Nein. Hm. Also irgendwie müssen wir es anders jetzt machen. So. Er will ja immer versuchen, da Logran zu haben. Nein, da kommt jemand. Weiß ob. Ich glaube, der hat uns jetzt auch gesehen. Nein, und er staubt halt ab. Also ob. Und kriegen wir ihn? Bitte. Ja. Come on. Wasser weg, Wasser weg. Ich hoffe, der überlebt es jetzt nicht. Müsst jetzt aufpassen, da drüben kommt der Nächste. Das dürfte er aber eigentlich nicht überleben, denke ich. Meine Güte. Steht der jetzt oder nicht? Haben wir ihn? Nice. Nice. Wir haben ihn auch. Und jetzt haben wir nur noch einen Spieler. als ob wir mit dem schlechten Equip noch gewinnen. Wo ist denn der eigentlich? Der ist in der Mitte. Das ist jetzt schlecht. Nein. Das sei blöd, weil der ist jetzt wahrscheinlich voll die, ja. Wir haben hier nur so Lederbrustpanzer. Nein, das ist jetzt echt scheiße. Wir müssen mal schauen, vielleicht finden wir noch ein Eisen, das wir Dias abbauen können. Da ist auf jeden Fall eine bessere Brust. Aber Eisen ist da auch nicht. Ich habe gewonnen. Als ob. Ist das Spiel runtergefallen oder wie? Dann würde ich sagen, was ist jetzt mit der Runde? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschau.